Ich weiß aber auch wie das geht dann. Erstmal muss ich sterben. Kreizmaul-Siegel. Ich hole wieder. Nein, nicht so Flash. Das kannst du knicken. Du musst das machen, wenn ich dann immer hier hoch und runter springe bei den Dingern. Okay, lass ich den da hinten. Dass du den und den, wenn ich da durchfliege. Also, dass du zumindest da und dann da oder da. Dass ich den Würfel dann kriege. Weit das nicht, wenn ich den da hin tue und da und du springst da dazwischen hin und her? Das meinst du nicht da. Das bringt nichts. Kannst du den da nicht fangen? Mach das doch so wie ich gerade meinte. Dass ich immer da und da hin und her springe gleich. Aber erstmal musst du da und da setzen. Und dann kannst du das gleich machen. Hast du ja, ne? Ja. Hab ich, du Oberwurstknödel du. Jetzt setz das mal um, dass ich hin und her fliege. Ja, warte. Ja, du stößt. Ja, du stößt. Kannst doch mal laufen. Toll. Du bist schon so'n Knödelkopf. Kannst du so machen, dass du gleich da hinten hinsetzt, ne? Da. Jetzt. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich. Jetzt das rote da hinten hin. Ja, warte. Jetzt das gelbe. Scheiße. Das war doch nicht richtig. Ich hab's geahnt. Ja. Ich hab noch eine andere Idee. Sterben. Tschüss. Erstmal ja. Lalalalalala. Ich geh schon mal tschüss. Sollte das lustig sein? Ja. Was machst du da jetzt? Ich bin jetzt hier. Oh. Ich seh was, was du nicht siehst. Was machst du? Guck mal, in meine Kamera. Guck mal, in meine Kamera. Oh. Guck mal, in meine Kamera. Aha. Ja, aber das bringt so nix, Flash. Solange die Viecher nicht weg sind. Weil wir sind schneller tot, als wir gucken können dann. Äh, warte mal. Äh, drück mal auf den Knopf. Vielleicht, wenn der Würfel passend fällt, dass er vielleicht alle so wrrrrrrrm machen mit dem Laser. Ne, mach dann nicht, aber naja. Glaube ich zumindest nicht. Ach, der Würfel ist schwul. Ist ja jetzt bestimmt beschissen reingefallen, oder? Nö, nö. Hm, so. Lauf durch. Und? Tschüss. Oh. Falsches Portal gesetzt, ne? Nein, nein, nein. Das war schon richtig so. Ja, normalerweise eigentlich, wenn ich da durchfliege, mir den Ding hole. Warte mal. Und wieder da unten durchfliege, da. Springe ich ja hoch, und dann müsstest du in der Zeit beide Portale auf diese Plattform setzen. Warte mal. Aber so ward hundertprozentig. So, und jetzt lauf erstmal da hinten durch. Dann lass ich dir den Mann nicht gleich entgegenfliegen. So. Ähm. Problem ist, das Ding wird immer langsamer. Ja, das eine war schon richtig. Wenn du... Das eine war grad schon eben richtig. Mit dem dagegen, dass der Würfel mir hier auf dieser Strecke entgegenkommt. Ja, ja, ich weiß. Aber das muss ja erstmal der Würfel... ...normal fliegen. Ja, das... Hä? Achso. Ja, warte mal. Hups. Hä? Die haben sich gegenseitig jetzt aufgelöscht gehen. Lauf, 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 lauf. Das ist der Wicht. Fuck. Das ist eindeutig nicht deins. Nee, grad nicht. Das stimmt. Okay, geh du da durch. Ah, du weißt nicht, dass du meinst, ne? Nein. Ich zeig dir das. Ja. Du zeigst mir das... Vor allem bestimmt voll falsch. Okay. Du sagst, bist bereit? Ja. Okay, lauf. Nenenenenene Hä? Wieso kriegt das Ding jetzt nicht? Jetzt, ne? Ja So Sag mir mal, dass das nicht richtig war War falsch So, jetzt kannst du Ja, warte Das ist deine Schuld gewesen Nein, das war nicht meine Schuld Du musst das weggemacht Hä? Ich hab da keine Portale weggemacht Guck mal, die stehen da immer noch Er hat den Würfel sich geschnappt eben, der Arsch Ja, dann musst du diesmal machen, dass ich Ja, lauf durch Fuck Ach ja Lass dich da vergammeln jetzt, ne? Das Genie hat schon wieder zugeschlagen Nein, 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 nein Lass laufen Jetzt setzt das auch eine Portale hin Ja Das Genie hat wieder zugeschlagen Nenenene Doch Ja, mit meinen Tests ist es auch so geklappt Ich wollte das nämlich genauso machen Nur komplizierter Nö, das wollte ich genauso machen Aber du hast ein dummes Timing Nenenene Mein Timing war ja grad richtig, hast ja gesehen Oh mein Ich wollte das genauso machen, aber Ja, ja, ja Du hast ein dummes Timing dann loslaufen Mhm Auf jeden Fall Warum? Musst du immer dein Portal Was ist das? Nein Flash Voll falsch Du weißt, ich übertreibst jetzt erstmal Was machst du da? Ducke die Knopf Was ist das hier für ein Ding? Ja, lass Ja, drück nicht nochmal Komm weg da jetzt Ach, da läuft ne Uhr Ja, du machst hier gleich den Schlitzer wieder Ich weiß schon wie das geht Ich weiß schon wie das geht Oh Warte, warte, geh da hin und ich mach den Würfel gleich Das Ding fällt gleich um, das Ding geht gleich runter Ja, dann Nimm dich Tschüss Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben Wollt ihr das? Hast du nochmal da? Tust du nicht von hier? Nein, du kannst nicht durch In meinem Portal sitzt der schon Ich muss ja zurückflitzen Dann muss ich wieder zurückflitzen Ey, du bist zumindest schneller Und jetzt geh weiter nach vorne, weiter 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 Okay, ich mach Und jetzt komm schnell zurück Drahtwurst Diese Bratwurst? Du warst so langsam den beiden Würfel schnappen Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen Nicht alle sind Monster Deinen Kopf, den kann ich irgendwann nicht mehr sehen Ich glaube auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa Ein Monster War das Monster Flash? Nee, Moment, ich bin das Genie Nee, das Monster Das Genie Das Monster Das Monster Äh 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 Letztes Level Die Tür öffnet sich nicht Obwohl ich zum Kot eingegeben habe Ihr müssen also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten Tuck rauf Was sind Flummiwürfel? Tschüss 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 Wo ist sie jetzt? Weiß ich nicht Nanananananan Oh ich drück rauf war Mir hat grad irgendjemand geschrieben Das war super gewesen was du grad gemacht hast Nein 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 Scheiße Ah, schon wieder Mist gemacht Ist schon wieder gestorben, ja Enttäuscht mich nicht Oh oh Wir haben anderthalb Stunden erreicht, ne Ja War das schon wieder bei dir Probleme? Ja So Also müssen wir das Level mal eben schnell beenden M-M-M-M, ja Sli-Voll Nein, nicht rüberkommen, ne Ich weiß So, mach Nein Ich hätte das andere auch noch nehmen müssen Ich bin drüben Guck Okay Okay Machst du? Hätte meine Schuhe Ja, warte mal Ne, ne, ne Das ist so falsch Oh ja Das ist nix, ne Das sagen sie alle Haha Hm Ich komme Und spring Klatsch Ich schaff das einfach Oh Ich wollte einfach so springen Hör auf damit Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen Nein, müssen wir nicht Aber das Start ist wieder ganz am Anfang Bin drüben Wieso kannst du am Anfang gehen? Komm her Jetzt da unten das mal Und dann gleich da unten drüben Und spring Oha Ui Ui Yay Nein Nein Das hasse ich dieses Level Kennst du das schon? Ja klar kenn ich das Okay Dann weißt du ja wie das geht Okay Dann weißt du ja wie das geht Ich kann mal kurz gucken Machst du da Ich kann mal kurz gucken Machst du da Und dann komm mal kurz Ich komm mal kurz Ich habe es dir einfach mal kurz Ich habe es dir ja auch mal kurz